Nee, das ist die Oma von Schöli, die heiraten wird. Schöli kennst ja, das kleine blonde Mädchen wird... Und der innen da ist die Oma von ihm und der andere ist ihr Freund schon seit 10 Jahren und die werden jetzt weiter heiraten. Und dafür war dann letzten Samstag der Polterabend. Ja, auf dem Schiff, ja, ich habe es bei den nächsten Fertunat. Das ist so ein Moonlight Crew, haben sie um sie weg? Ja, ich habe es gut verraten lassen. Ja.